Wow, was ist das? Möchte jemand mal das K2 berühren? Habt ihr da Lust drauf? Wo ist er? Da? Wer ist? Wann? Möchte jemanden? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist mit Karl? Meinst du, der kann sich mal im Nebel zeigen? Wow! Danke! Ich gehe mal! Die Oden! Walter, bist du auch da? Das war's! Oh, ich hatte gerade ein Gesicht von einem Mädchen. Kurze, dunkle Haare. Ja, ich nehme das ja auch auf. Ist jemand da, den ich kenne? Ja, ich nehme das ja. Ja, ich nehme das ja. Wie viel seid ihr denn? Ja, ich nehme das ja. Ja, ich nehme das ja. Bettina, bist du da? Charlotte, kannst du mal Bettina holen? Ja, bist du schon nett? Bist du da, Bettina? Ja. Geht es dir da gut, wo du bist? 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 Wow, und schon wieder habe ich ein Gesicht gekauft. Das ist ja echt faszinierend. Ja, erst wenn ich es auswerte, hört man es so richtig, was sie sagen. Manchmal hört man es auch. Umso öfter man das macht, umso besser wird es gehört. Und schon wieder habe ich ein Gesicht. Ich habe eine Beleidung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020